So, ich bin heute mal wieder live dabei, wenn wir im Stream raushauen, was denn ein neues geben wird in Horizon 4. Hauen wir dann also gleich die Infos raus. Ich werde dann wieder ein bisschen zusammenschneiden, mal gucken, was für Autos wir bekommen und ob es vielleicht noch eine spezielle Ankündigung gibt. Ja, also wieder Live-React und Info am Start. Dann wollen wir mal loslegen, wa? Tonnweise neue McLaren's 600LT, beziehungsweise neue kommen auch einige wieder. Dann einen Ferrari haben wir am Start für die gesamte Saison. Oh, ein CLK. Aber noch ein CLK dabei, ne? Für 80% im Winter und noch ein neuer Toyota. Also die hauen hier ein Toyota nach dem anderen raus. Oh, und der M3 GTR wieder. BMW M3 GTR. Und dann, die Oof, BMW. Runding it off in spring, wir haben die Koenigsegg-1, die Alfa Romeo 33 Stradale, eine der fastesten Fahrzeuge in der Welt mit den richtigen upgrades. Oh, das ist ein Tipp. Die Mercedes-Benz GT4, eine von Andi's favoriten, die 1994 Honda Prelude. Warum ist das eine Ihrer Favoriten, kann ich sagen? Ja, weil es 90 Jahre japanisch ist und nur ein bisschen verdammt. Okay, ein bisschen verdammt. Das ist das Potenzial. Also wieder eine Menge nette Autos am Start für die Saison. Kann man mit leben, ist okay. Auch lustig, dass der M3 GTR wieder da ist. Das ist ja nicht so leicht zu kriegen, das Ding. Es gibt ja den normalen E640 M3 und den M3 GTR. Der hat nur das Bodykit natürlich nicht, was man in Need for Speed jetzt kennt. Also dieses richtige Rennwagen-GT-R Bodykit gibt es hier nicht. Wäre cool, wenn die das mal reinpacken würden. Aber ja, hat sich wieder ein paar geile Sachen dabei und eine Story, die man machen muss für den Saisonfortschritt. Also haben wir wieder ordentlich was zu tun. Istches Taxi kommt auch wieder. Diesmal müssen wir gegen das Luftkissenboot fahren mit dem Taxi. Ja, ein nettes Showrennen auf jeden Fall. Ist auch schnell erledigt. Ich persönlich fand die Story ein bisschen gezogen von dem Taxi. Also immer nur hin und her fahren, also naja, aber ja. Wieder mal ein schönes Rennen gegen das Luftkissenboot. Wow, er hat halt einfach noch gewonnen, ne? Okay. Alter, das Ding war ja schon über der Linie eigentlich. Naja, aber okay. Wie der da eingequetscht wurde. Ich dachte, jetzt sehen wir mal einen richtig schönen Flug. Naja. Also es gibt eine neue Horizon Story, eine Business Story. Wir können also noch mehr Geld machen dadurch. Wir investieren da rein und bekommen halt wieder Geld raus, wie man es kennt. Also wir werden jetzt im Lieferjungen in der Story, ja. Fahren Pakete aus, DHL, Hermes, was auch immer. Simulator ist am Start. Ah ja. Also eine Menge Zeit drin wahrscheinlich wieder. Jetzt liefert der da zum Beispiel Enten aus, ja. Also wieder begrenzt Zeit, darf nicht viel Schaden machen. Natürlich, wir haben ja die ganze Anzeige da oben wieder. Ja, also wieder viel Spaß dabei. Gibt auch wieder schöne Erfolge dafür, ja. Hätte ich mir bei einem anderen Spiel auch mal gewünscht für ein Update, aber schön. Ja, Paketzusteller mit V12 unterm Arsch ist natürlich auch geil, ne? Dann kommt es wenigstens schnell an. Also das Teil sieht aus wie so eine Rakete. Aber auf jeden Fall ein lustiges Auto wieder. Der Teil hat auf jeden Fall wieder viel Detail. Sieht echt aus wie so eine mutierte Blechbüchsen-Rakete, aber haben sie mal wieder krass hingekriegt. Ich meine, guckt euch das mal an, ey. Das ist ja wieder heftiger Scheiß. Nicht schlecht, das Ding. Auf jeden Fall lustig. Ich bin nicht so der Freund von den Dinger. Also nicht, was heißt das? Nicht Freund, aber ich bin halt nicht so der Typ, der solche Dinger gerne fährt, ne? Aber auf jeden Fall cool. Besser als nichts, ne? Der Wagen hat nur Hintenbremsen vor allem. Das ist ja mal ganz interessant. Vorne gibt's einfach keine Bremsen. Ja, das ist auch mal was Geiles, was die halt auch überhaupt hingekriegt haben, ne? Da hat der Wagen wirklich nur Hintenbremsen. Das ist schon eine interessante Nummer, den zu fahren. Also der Speed Day McLaren, der sieht richtig durchgeknallt aus, ne? Der sieht aus wie irgendwie so ein planierter Senna. Auf jeden Fall so ein richtiges Alien-Geschoss wieder. Ja, also der sieht schon krass aus. Der hat halt Kameras statt Spiegel. Sieht der links und rechts, ne? Damit könnt ihr nach hinten schauen. Ist schon geil gemacht bei dem Auto. Er hat da einfach Kameras anstatt Rückspiegel, richtige. Tja, warum nicht, ne? Also das scheint wieder so ein richtiger Turbo zu sein. Das Ding schafft 250 Meilen pro Stunde. Und das ist halt der Limiter im Moment. Und man kann ihn wahrscheinlich wieder noch krasser tunen. Dass er halt, ne, noch schneller fährt. Also, das Ding ist Standard und schafft schon diese Geschwindigkeit. Wie gesagt, wenn ihr dann noch tunen, Feinabstimmung und bla bla bla. Ja, also da kann man wieder wahrscheinlich Geschwindigkeiten rausholen, ey. Wow. Ja, und der Toyota 2000 GT darf natürlich fehlen. Der kommt jetzt auch noch dazu. Der letzte, der 2000 GT. Er ist, er ist, er ist, Japans Halo-Kar. Für lange Zeit. Er hat sich gerade an der Topf der Roster. Und, und das ist was sie kamen mit. Und es ist, Es ist nicht schlecht, ist es? Ja. Sieht aus wie eine Stingray ein bisschen, ne? Von der Seite. Und man kann definitiv sehen, die Style-Influenz. Ja. Ja, es ist eine wirklich cool, wirklich spezielle Karte. Sie haben nur 351, in total. Ich würde einen auch fahren. Du weißt, ich würde wahrscheinlich nicht fit in. Ja, egal. Aber ja, wir haben von 24-Liter-Engine, in den Napier-Rail, zu einer Brüser. Er hat gewotet für den Eliminator. Einige Stufe 2 und 3 Autos kommen raus. Dafür kommen wahrscheinlich neue wieder rein. Also die Leute können sich selbst entscheiden, welcher Wagen raus soll, welchen sie nicht mehr da im Eliminator haben wollen. Ist eigentlich ganz cool gemacht, dass darüber abgestimmt wird, ne? Ja, ich spiele ja nicht so viel Eliminator, aber, naja, wenigstens kümmern sie sich auch darum. Ja, Support ist halt am Start in dem Spiel, ne? Ja, ich glaube, ich glaube, das ist wunderschön. Okay, Finn. Ich glaube, das letzte Spiel, ich glaube, wie der da rumlegen ist bei der, LKW. Und dann hat sie den Unimog gefunden, das ist einer der Wagen, der aus dem Eliminator verschwindete hier, der LKW. der Top of Touring Cards. Okay. Also, jetzt gehört eine Menge neue Features natürlich wieder, ne? Story, Autos, hier die drei neuen Autos. Und, ähm, ja, im Eliminator wird ein bisschen was getauscht an den Autos. Also, eine ganze Menge wieder neu. Auf jeden Fall wieder ein Update, womit man, ja, arbeiten kann, ne? Wieder viel zu tun den ganzen Monat, bis zum nächsten Update dann. Ich bin mal gespannt, wie lange, äh, Forza Horizon 4 überhaupt noch supportet wird, ne? Ich denke mal, Ende dieses Jahres wird es wahrscheinlich auch aufhören. Ähm, und, ja, Horizon 5 kann ja auch nicht mehr ganz so weit weg sein. Vielleicht noch ein, zwei Jahre, maximal drei, würde ich sagen. Ne? Mit den neuen Konsolen. Auf jeden Fall, ihr habt alles gesehen soweit. Das sind die Updates. Ab Donnerstag zocken wir dann wieder Forza im Livestream. Ne? Twitch, Mazelgato, könnt ihr mir gerne folgen dort. Jeden Donnerstag sind wir eigentlich mit Forza online und, äh, spielen Neujahreszeit. Ja, dann, denke ich mal, war es das auch? Oder kommen die jetzt hier noch mit Fixes oder so? Also, wie ich erwähnt habe, wir haben die Subtitle-Features, ähm, wir haben die Polizei-Front-Bumper zu der 96 Chevy Impala SS. Ja, groß. Ich bin glaring am Anfang. Ups. Ähm, 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 Ja, da sind wir eigentlich wieder durch damit, das ist das Forza Update für diesen Monat, wie immer, jeden Monat ein Update, ne, umsonst die Autos natürlich, wir kennen es ja von Forza nicht anders mittlerweile, auf jeden Fall wieder eine geile Sache, wenn ihr Bock habt, da mitmacht, ja, mitzumachen zum Beispiel, oder einfach, äh, zuzusehen, wenn irgendwas, äh, wenn, äh, was so neu ist halt, ne, wie gesagt, Donnerstag wieder Livestream, wie immer, Donnerstags bin ich meistens live, und Dienstags, und Donnerstags halt, wie gesagt, wegen den Jahreszeitenwechsel und so weiter, von Forza sind wir da eigentlich immer, am Anfang des Streams erstmal am Start, fahren die Prüfung und so weiter, also wenn ihr da mal Bock habt mitzumachen, ne, einfach bei, beim Livestream am Start sein, ne, wie gesagt, der Link ist immer in der Beschreibung, einfach ein Follow da lassen, ne, Follows kosten da nichts, da kosten nur Abos, also folgen könnt ihr da völlig kostenlos, ähm, und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ne, ihr wisst Bescheid, dann, lasst nur ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, lasst ein Like da, Support ist kein Mord, und wir sehen uns im nächsten Video, vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.